Hi, yo, was geht, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA V. Es gab Papereme, Jungs. Wir haben gerade 19 Uhr. Ich versuche jetzt, die erste Folge heute aufzunehmen. Ich habe wirklich nur, nur Scheiße heute bekommen. Wirklich nur Scheiße. Ich habe heute mal die ganzen Folgen hochgeladen und habe versucht, gleichzeitig während ich am Hochladen bin, zu zocken. Irgendwie hat irgendwas dabei nicht funktioniert und keine Ahnung, was da war. Ja, es ist halt wirklich, ne, ja, es ist wirklich Katastrophe. Und es fehlen drei Missionen. Es fehlt die eine Mission, wo wir Amanda wieder zurückgeholt haben. Dann mussten wir von, oder für Solomon, irgendeine solche Typen umbringen. Und dann haben wir, glaube ich, mit Lester irgendeinen Typen bestochen. Die drei Missionen fehlen, weil ich die versucht habe aufzunehmen. Und irgendwie hat es nicht funktioniert. Das Spiel ist jedes Mal abgestürzt. Das hat sich jedes Mal geschlossen. Und ich habe dann so die Schnauze folge, bis ich gesagt habe, ich glaube aber wirklich, dass es daran liegt, dass ich halt währenddessen hochgeladen habe und mein PC damit irgendwie nicht klarkam. Dass ich halt gleichzeitig hochlade und gleichzeitig aufnehme auf dieselbe Festplatte. Obwohl das Spiel eigentlich auf einer komplett anderen Festplatte drauf ist und das eigentlich miteinander gar nicht, äh, ja, haken sollte, hat es aber trotzdem irgendwie gehakt. Ich weiß auch nicht, die Technik ist manchmal komisch. Mal gucken. Wir testen es jetzt noch einmal. Ich habe die ganze Folge hochgeladen. Ich lade jetzt sozusagen nichts mehr hoch, beziehungsweise meine Festplatte, auf die ich gerade aufnehme, wird zu 0% belastet. Oh, wollen wir mal schauen. Wenn ich, dann werde ich das gesamte Spiel löschen und nochmal neu installieren. Dann halt wirklich ohne Grafik, Mods, ohne gar nichts. Mal gucken, ob es dann, glaube ich, ich würde es da wenigstens noch zu Ende spielen wollen. So, verlassen wir an die Baustelle. Das war klar, Digga. Runter, hier runter, komm. Hallo. Rück doch, hallo. Na endlich, was ist da mit dir, Junge? Heilige Scheiße. Pisse, ich, ihr kleinen Wichser, älter. Dann habe ich die Taschen noch mit. Akne-Tasche ist noch dabei. Warte mal. F3. Options. Äh. So. Wollen wir einfach kurz klären. Muss nicht sein. So. Exilfabrik, kein Problem. Oh, warte, ich kann mir auch keine Karre Ding ansehen. Teleporten, ne, nicht Teleporten. Äh, Vehicle Spawning. Nehmen wir mal Motoren, komm. Oh, das ist klar. Abzuleistern So So, Mikey direkt Perfekt Alles klar Hey, you got them? Of course I do, homie Here Thank you So All good? Sure, homie So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that Yeah, I don't fucking know Probably not Hey, Lester, what do you got? I don't quite know yet Give me a minute I'm not a fucking computer Oh Oh Oh, maybe I am Here's what I think We have two options The new security software Goes into containment mode In case of emergency You know Earthquakes Mudslides Acts of God So We could plant some firebombs They go Bang! The emergency call goes out We hijack it Show up as firemen And then we grab the containment drive Or We could Hack the system on site We'll go in by By air Hope we don't run into too much Physical resistance Sounds relaxing Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos Or Defeating one of the world's most complex security system using our worthless ass ninja skills, huh? Yeah Meeny meeny miny moe If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up It'll be at night when most of the workers are off You mop the place, and plant the bombs where we need them Seriously? I got a mop? Yeah Yeah, you really do They'll clock you on the cameras if you're play acting You also need a fire truck to show up in when the bombs go off And a getaway car stashed in a quiet place near the bureau So you can torch the truck and get out The car doesn't have to be anything special, there shouldn't be any heat What about the other way? With the ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear But we had to cover all the bases Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access to the roof here Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult Now Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission And the crew will be paid out of that We keep the change So? What's it gonna be? Uh, Vinnie Ma So you do want a mop? Okay Well, you'll need a couple of gunmen They'll go in with you as firemen Everything goes to plan They won't fire a single bullet But you will be running into a burn Yo? You know him? The charm from the jewelry store Then here, what's that here? Schütze Daryl, this is a protected federal building Are you absolutely sure, this is how you want to take it? Yeah And we have a winner I'll make the arrangements and call you when we're ready Alright, see it, hit me You know, I'm still looking into that union depository gig It's real interesting But I don't know if we can do it without you-know-who Yeah Well As long as he can't do it without us Okay Okay Bisschen ruckels, aber ist okay So Perfekt Sehr gut Ich sag, wenn's nicht klappt, ich tue das Spiel komplett löschen und dann wieder alles nochmal rein installieren Das ist mir echt alles zu blöd, Alter, wirklich unerschess Fangen wir mal zu Solomon Fangen wir mal zu Solomon Aber Und es läuft nachdem alle durchgemacht gekommen Familie einfach wollen wir Ja, ja Alter Was für eine Frau Was für eine Mail die uns geschiebert Hey Sugarplum Dad? Ich bin in trouble Was ist das? Geld? Prats? Deine Mutter Da ist dieser Mann, er hat mich folgen, ich glaube, er wird etwas machen Was ist das? Was ist das? Binewood Plaza Okay, warte da Er hat mich folgen in meinem Auto So, lass uns einfach fahren und du kannst ihn mit ihm sprechen Oh, ja Wir sprechen So, warte mal Ehh Vehicle options Fixed vehicles So Danke schön Alles klar Alles klar Alles klar, Junge, beiseite mit euch hier unten Oh shit Gucken wer der Hund ist, der etwas wie unsere Tochter will Ich schwieg dem sein Mut da So 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 Ich soll jetzt die Auto fahren, am Ende Let's see if we can find him We should try over at Hawaii and Snow for him We're looking for a guy in a purple convertible I don't remember what make Okay, I'll keep an eye out Thanks daddy Hey, what are dads for, huh? I mean other than giving you money, putting proof over your head, speaking to guys who ridicule you on TV Is he here? No, he's not around We should try that motel opposite the big construction site Okay Where did you meet this guy? Uh, at a signing? Uh, at a signing? What are you signing? Automatic? Yeah I think you better not be taking out credit later, bro Not credit So Crick You see him? I don't think so Maybe we should look over at Cluckin' Bell I was signing autographs at the expo People want to meet you after that video on fame or shame? We found this prick Fluckin' Bell Not yet Okay Uh, how about going around the corner And back up the hill Past Crockahoo My baby girl's a celebrity with their very own stock You've finally made it dad You raise your kids in Rockford Hills Ah, purple car, that's him Fuck, he's onto you Let's go Hey, what are you running for, pal? Let's talk Seriously I didn't know she already had a sugar daddy I'm going to diss you right now 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 I'm not so creepy when there's a grown man in the car I swear he was going to do something, dad Yeah, well now we're the ones who are going to do something All kinds of things Drive carefully Motherfucker He's out of the car Oh my god Go wrong Don't kill me for loving her Shit Shit Run you little bastard All the way out of town What happened daddy? Guy had an accident I'm sorry Good I can't believe you did that What? We had to be sure I just wanted you to speak to him This was infinitely more persuasive He never should have called you Look, there's a lot of sickos out there I couldn't take the chance I know there are sickos out there My dad is one of them Grow, huh, baby It's time you got serious with your life Yeah, I ain't perfect But I love you I guess He really scared me But I didn't know what But then pretend it never happened Like I try to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much Okay That's right The denial works for me Thanks daddy Bye I'm glad I could use my paternal rage productively for once Perfekt We need a flight vehicle No problem Then we take it here Then we'll see what we spawned Vehicle spawning What do we spawn? What do we spawn? How do we spawn? No, this is a cool car But... We need a... Wait a minute I know what's good A SUV What do we spawned? I can't see It's a cool car That's right That's right What do we spawned? What do we spawned? We spawned in here We spawned here We spawned in the car We spawned in the car We spawned here F3 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 Teleporting Panzerung Warte Reifen So Der Wagen ein bisschen getunt hier Ich habe doch mehr Leistung So So Wie heißt hier Perfekt Äh Kontakt Willen soll ich anrufen Lester Wo ist der Wannsinn Lester Luftpunkt markiert Hey Les That getaway car Is parked where we needed Alright Give me the location La Puerta Good work Call me when the rest of the prep is taken care of Okay So Was soll ich jetzt machen Einen Einen Feuerwehrwagen Alles klar gut Hallo So Warte mal kurz Was ist das denn jetzt alter Ja mach es doch Was Außer geflatest mich verarschen Wer hat mich das denn erwischt Hä Wer hat mich das denn erwischt Ich muss Brandstiftung also Ich muss Brandstiftung also Ich muss Brandstiftung also Brandstiftung ist richtig Ich muss noch kurz chillen damit hier die Feuerwehr kommt So kurz chillen damit hier die Feuerwehr kommt Falls sie kommt Falls sie kommt Ich glaube die kommt nicht oder Ich glaube die kommt nicht oder Ich will ein bisschen mehr Ich will ein bisschen mehr Bullshit machen oder Kommt die Feuerwehr Ist auch egal Ist auch scheißegal Egal so dann Ähm Vehicle Spawning Hm Industry Oder ne Emergency glaube ich Dann Aber brauchen wir gar nicht Tut mir leid Jungs Es tut mir leid Muss aber sein Es tut mir leid Schütteln die Cops ab Kein Problem F3 Options So Schon am Anfall der Auto Ah geil Ich kann sogar hier ähm Bisschen löschen und so Aua Was ist das denn jetzt alter Mein Gott ich habe keinen Bock auf die scheiß Cops Digga So Aber ich glaube es liegt schon wirklich da Dass ich hochgeladen habe Weil dachte ich mir schon Weil das Problem erst dann aufgetreten ist Wo ich angefangen habe hochzuladen Äh Jetzt läuft es auf jeden Fall Junge Die wollen Gehen Ich bin langsam richtig auf den Keks man So Perfekt Super Kann man das auch erledigt Perfekt So dann würde ich sagen gehen wir mal Rüber zu Mister Solomon Ja Lester komm Hey Lester Wir haben einen Feuerstuhl Das ist auf der Rückseite Auf der Rückseite Deine Ich denke wir können es nicht mehr loswerden Ich werde mit den Mannen Gehen wir nach meinem Haus und spreche mit mir Hey Wie geht's dir? Ah Pretty good Under the circumstances About to knock off a federal government building Meanwhile my psychotic former BFF Is trying to figure out a way to kill me But hey the Mets are kicking in So life's good Well Exactly Franklin got us what we need Put those on Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here So I'm guessing drapes and Senate Candle aren't gonna do the trick huh? No 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 We will have incendiaries and a remote device Now they need to be strategically placed So we can ensure that we still have access to the server And that the structure maintains its integrity Now once you get out Trigger the bombs Meet up with Franklin and the crew And we'll intercept the emergency call And you all go in as firemen Oh got it? Yeah I got it Sounds a little idiotic Well under the circumstances It was the best I could do And if you remember You were the one who chose to do it like this Oh come on But you know Trevor has a point about you You whine too much Yeah Fuck you Oh don't even try it Don't worry Lester Dieser kleine Wichser Geht mich zum FBI Gebäude Oder FIB Gebäude Meinetwegen So Die Mission mit Solomon machen wir irgendwann mal So We doing this? Yeah real soon Frank Pick up the fire truck and RV with Gus Moda and Daryl Jones I'll give you word when I'm out of the bureau I got it dawg At least we can count on these guys in a pinch Zo Very nice You're the first day You have the fire You've used to hide Your finest smoke Very nice Very nice Good day Geh durch den Turnstile und komm nach oben. Daaaapty du 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 du. Es ist gleich diearnasse Kremiui. Warf. Wisch den Boden, alles klar. Wie ist du Weib? Du bist ein Mob Dieb wie einer, der einen Besen klaut. Was hat denn der oben rechts an, für eine Narbe, alter Scheiße. Was hat denn das? Was ist hier, was macht nur ein? Soll ich irgendwas machen? Versteh ich nicht. Lack, der Eimer ist mein Feind. Soll ich die ganze Eimer nur wischen? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Du wirst schon wissen, was das ist. Da geht's. Ja? Okay. Das war ein bisschen waschen. Das war ein bisschen waschen. Das war ein bisschen waschen. Ich bin der Eimer. Ich bin der Eimer. Du ja. Putzsimulator 2013, Alter. Das Spiel ist einfach zehn Jahre alt, ne? Das wird, glaube ich, in zwei Tagen werden wir es in den Elften. Das Game wird einfach in zwei Tagen... ...einfach zehn Jahre alt, das ist unglaublich. Kann ich zufällig nochmal machen, oder? Ja, natürlich nicht, älter. Das heißt, ich muss einmal wischen, dann wieder zurück zum Mob. Oh, die könnte ich den auch mitnehmen, eigentlich, oder? Ist aber egal. Ach, du Scheiße, ähm. Alles klar. In case you needed proof, coffee was a diuretik. So. Oh, dann, come on, warte. Aber ich find's cool, wie das Spiel, so die Planung und so weiter, so alles mit reinnehmen, wie viel eigentlich so, um sowas zu machen, überhaupt zugehört, ne? Ist schon krass. So. Warte mal. Okay, ich muss wieder zurück. So. Perfekt. Perfekt. Super. Und hinunter. Ach, du Scheiße. So. Hey, ich muss wieder zurück. Wir werden alle in einem Moment verlassen. So. Perfekt. Ach, geht die Scheiße schon los, oder was? Oh, okay. Detonate the incendiaries, Frank. I'll get this turn-out gear on. Oh, shit. Oh, shit. Oh, man. Einfach das FIB gebaut, der Digga. Einfach gesprengt wie nichts. So, Lester hijackt die Erkrankung, richtig? Ja. Wir werden die einzige, die in diesen Verkrankungen gehen. Aber keine Angst. Hier hoch. In der Gebäude. Komm her! Go ahead. Ich bin mit Professionären. Alles klischen. Die Schrauben sind hier. Wir holen sie um 53. Das ist viel weiter. Wir holen sie. Ach du Scheiße! Wir müssen nur das Laufen erkunden von dem Hurensohn. Okay, versteht. Das habe ich gecheckt. Es ist heiß, schau mal! Wir haben die Verkaufel und die Verkaufel auf der Farbe. Hey, wir haben die Verkaufel, komm! Wir haben keine Verkaufel, folgt mich! Ach du Scheiße! x 4 Mmh! Oh! Oh! F*** so much! Instructural Integrity f***! This way! Hey hey, come on! Back-up, Franklin. Die Tür ist verletzt! Ich muss es unterbrechen! Ok, bereit! F! Es ist noch ein Geist? Ah, verdammt Mann, er ist tot! Wir können nicht ein Geist durch den Inferno entfernen! Wir müssen ihn weg! Los geht's! Ich kann mich nicht aufhören! Hey Mann, die Scheiße ist der Lager! Verdammt, sie fallen ab! Auf mich! Auf mich! Frank! Frank! Bist du hier? Oh Mann, irgendwie. Oh Mann! Die Explosion muss ich mich raus! All right, hör mal! What are you doing? What are you doing? Look out! Two of the angels covering you in! They know we're in fire! Oh Mann! Oh Mann! The office was meant to be empty! You got... Oh! Oh! You fool should be at home! Just get out of here! Oh shit man! Over here! You got to see! The building is burning! Take care man! I'm coming to find! Awesome job! Hurry up! Hey! Oh Gott! Oh! 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 Das ist ein Viergelektron, hier. Vielleicht wäre ich hier so weit weg. Ich kann ein paar Gäste an der anderen Seite. Darf ich mal eine Dette an der anderen Seite zu gehen. Da wäre ein Viergelektron, das ist ein Viergelektron, aber ich bin der zwei Störte. Gehessen! Wegen, das ist unsere Dichter! Es ist 3-Level! A fucking hope so! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! We're cool! We're getting out of here! We're cool and we're cool! You're a firm. Hey, let's get the fuck off this bill, right? Before it comes down in our head. We're cool and we're cool! We're cool and we're cool! We're cool and we're cool on this. We're just a good friend. I think. There was nothing to do in here. We were just a good friend. You're cool, man! We were out. We're cool, man! I know! Oh my god! Ich habe hier auch zu einem Fluchtpunkt. Ich weiß nicht. Mann, ich arbeite. Auf jeden Fall, sie werden uns suchen. Ich meine, die Leute in der Geburt, die du abgeholt hast. Wenn sie wussten, wer anderes muss wissen? Es ist nicht wert, glaube ich. Ich werde uns da schnell wie ich will. Okay, shit, shit. Ich will einfach nicht in die Sache gehen. Mann, ihr habt nicht in die Trever, Mann. Das ist die du nicht in die Leute gehen. Haha, du bist richtig. Also, wir gehen uns zu unserer Gehout, evitieren die Polizei, die Feds, und meinen lieben Freund, Trevor Phillips. Okay, Mann, ich versuche. Versuche wirklich hart, okay? Okay? Kannst du da noch schneller? Chill out, Mann! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Warte, zwei Minuten. Zwei Minuten? Ja. Da ist die Kerle. Warte. Warte, ich muss kurz einmal drehen. 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 Warte, Mann. Es war unsere Falsche. Ich bin dran. Warte, warum das? Warte, nicht mit dem Mann? Nichts war das Falsche. Also, es muss uns sein, oder? Ah, ha, ha. Ich versuche es zu schlechten Leidenschaft, dann. Ich kann dir das sagen, weil der Leidere war schuldig genug, um dich in da zu nehmen. Warte, das. So. Die Karte zieht schon gut, Alter. Jetzt bei dem Tuning. Aber diese Psssss, vom Tor war so geil, Alter. Schau hier, Bro. Panzerung regelt kein Problem. Ein paar Kratzer mehr nicht. Wenn du gehst. Nein, kein Problem. Mach dein weg. Der ist nicht so egal, wir hören. Oh. Oh. Was? Ich habe nie gedacht, dass ich Sie Klowns wiedersehen würde. Wir haben es geschafft! Das ist richtig, wir haben es geschafft! Wie war es? Für eine gefährliche Mission zu verabschieden, um die Emergency Services zu verabschieden, während eine hohe Aufmerksamkeit in einem hohe Aufmerksamkeit war, es war überrascht. Komm her, gib mir etwas. Sorry, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, meine sehr, sehr Obvious Illness. Es passiert. Whatever. Let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Ich habe eine Real-Vintage-Moonshine-Hillbilly-Type-Shit. Wir werden C-Trippel-Kommitting-Incest-In-Minutes. Just das Shit-To-Make-A-Man-Forget-His-Trouble. Oh, genau. Ich werde jetzt einfach als ein Skunk- und dann werde ich die Web-Kam- und spie auf die Sorority-Girls wieder. Ich bin ill, okay? Hey, gimme a break! Cheers! Ha, 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 ha! Man, das ist some foul-ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwell. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in mid-life crisis. So. Perfect. Raubelfall is filled. Very nice. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you. But you and Trevor attacking Merriweather? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is. It's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? Alright, alright. I'll come to the court center. Fuck. Okay. Na gut, Freunde. Da würde ich aber sagen, das soll's gewesen sein mit der Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da werden wir das auf jeden Fall machen. Bis denne. Checkt die Beatser für die Zwiebeln. Und haut rein.